Der Zeitfaktor ist ja so wichtig, also so wichtig für Menschen, die eben gerade einen Traum erlebt haben oder gerade irgendwie akut was haben und dann da irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr auf den Therapieplatz warten, der dann vielleicht sogar auch nichts ist. Das ist so, wow, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, sehr bewundernswert, dass ihr da eure Freizeit für einsetzt. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Mit den GründerInnen des Kinderschutzvereins Mitmenschlichkeit e.V. spreche ich in dieser Folge darüber, wie sie Kinder und ihre Familie und FreundInnen unterstützen bei Themen wie zum Beispiel sexualisierter Gewalt und Mobbing, wie sie mit ihrem deutschlandweiten Netzwerk dabei unterstützen können. So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese heutige Folge könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen. Also wenn ihr Lust habt für mich und meine Gäste, ja, heute sind wir im Plural, heute sind wir zu dritt unterwegs. Wenn ihr uns auch sehen wollt, könnt ihr gerne in die Shownotes klicken und euch dann einfach das Video auf YouTube reinziehen. Ich habe heute zwei ganz besondere Menschen bei mir. Eine von den beiden kenne ich schon länger, aber tatsächlich auch nur Social Media. Also diese Social Media bringt mich immer wieder mit echt coolen Menschen in Verbindung. Das ist die Ruth Marquardt. Wir kennen uns, ja, von Instagram, haben festgestellt, dass wir in sehr ähnlichen Bereichen arbeiten, uns beide gegenseitig ziemlich cool finden und haben gesagt, hey, wie wäre es denn mal mit einem Podcast-Interview? Also vor mir sitzt die Ruth und ihr Mann, der Ralf X, ein, wie ich finde, sehr spannender Nachname. Und sie haben zusammen einen Verein gegründet, den Mitmenschlichkeit e.V. Und um, ja, um den Verein wird es heute auch gehen. Also, hi Ralf, hi Marquardt, sorry, hi Ralf, hi Ruth. So, schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hi, hi. Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Mögt ihr gerade einfach nochmal vielleicht was zu euch erzählen, was ich noch nicht verraten habe? Was du noch nicht verraten haben könntest vielleicht, wir haben eine ziemlich große Patchwork-Familie mit fünf Kindern insgesamt, sind so gut wie verheiratet und machen den Verein Mitmenschlichkeit jetzt schon ein paar Jährchen zusammen. Offiziell ist das, glaube ich, erst ein gutes Jahr. Und, ja, unterstützen damit Kinderschutz und sorgen dafür gemeinsam, dass Familien, Kinder, Jugendliche ziemlich schnell, ziemlich unkompliziert Hilfe bekommen können, wenn die Probleme haben, also mit dem üblichen, was man so in der Schule hat. Ich kann es keinem erzählen, was immer das ist, Mobbing oder sexuelle Übergriffe von Gleichaltrigen oder Probleme mit dem Sportlehrer oder was auch immer. Also, wir sind so die geheime Anlaufstelle und haben eine Menge cooler, netter Therapeutinnen und Unterstützer bei uns im Netzwerk. Super cool. Ja, sag ich immer gerne, was du. Ich bin ein Nau-Problem-Unternehmer, ich habe ein Bauunternehmen und ich würde sagen, es gibt ja viele Vereine, die sich, Gott sei Dank gibt es viele Vereine, die sich mit dem Thema Schutz beschäftigen, Schutz von Kindern, Schutz von Frauen, Schutz von schutzwürdigen Menschen einfach. Und das Besondere bei diesem Verein ist, glaube ich, erstmal natürlich, es ist ein kleiner Verein, wir machen alles sehr persönlich, wir kennen alle Therapeuten, alle Fachleute, Fachfrauenvereine, mit denen wir zusammen sind, persönlich. Und, ja, unser Verein hat keine Verwaltungskosten, außer die gesetzlich vorgeschrieben, das heißt, wir müssen natürlich steuerliche Auflagen erfüllen. Ansonsten machen wir das ehrenamtlich von unserer Tätigkeit her und da entstehen auch sonst keine weiteren Kosten. Das ist das eine, das heißt, alles das, was zu uns kommt, an Geld, das geht auch eins zu eins eben raus, bei dir, die es brauchen. Und das andere, hat der Ruth schon gesagt, das Besondere ist, dass wir sehr, sehr schnell reagieren können, ohne große Formalitäten, abfragen, wer ist das und wer kann das, wer will das bezahlen. Darum geht es in dem Fall gar nicht. Wir helfen einfach sofort und das hat sich total bewährt. Die Leute, die zu uns kommen, finden auch sehr schnell das Gespräch und ich wüsste nicht, dass wir irgendwas nicht gut gelenkt oder geleitet hätten. Und das Fickel ist eigentlich immer sehr, sehr positiv. Ja, also wir haben jetzt gerade, um ein Beispiel zu erzählen, sind wir schon mittendrin. Eine Familie, da hat uns dann der Vorstand der Stiftung It's for Kids, das ist eine Kinderschutzstiftung, die keine eigenen Projekte haben, aber die uns beispielsweise finanziell auch fördern. Der Vorstand hat dann angerufen und gesagt, hey, ich habe hier gerade über eine Freundin aus dem Netzwerk, eine befreundete Zahnärztin, einen Hilferuf bekommen. Da saß eine Mutter auf dem Stuhl in der Zahnarztbehandlung und auf die Frage, wie geht's, hat die dann ihr so das ganze Herz ausgeschüttet und es ging um irgendwie schwierige Herausforderungen mit der Tochter. Die sollte mit elf Jahren in die Psychiatrie, Auslöser war, dass sie eine Panikattacke oder mehrere bekommen hatte, nach Masken tragen. Und da war natürlich die Mutter, die Familie in Aufruhr und alle ganz besorgt. Und die hatten schon viele Anlaufstellen hinter sich. Du kennst das, du hast das auch schon mal in deinem Podcast erzählt. Man hat manchmal viele therapeutische Anlaufstellen, aber bis man dann so den richtigen und das Richtige gefunden hat, das dauert. Und bei uns wird dann im Netzwerk sofort geguckt, wer kann das? Wer kennt sich mit Behördengängen aus? Wer kennt sich mit dem Prozedere, mit den ganzen Ämtern aus? Wer ist therapeutisch geeignet? Wer ist menschlich geeignet? Oder wenn wir das selber nicht haben? Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Nun, dann geht sofort der Flurfunk ab und in Nullkomma-Josef waren wir dann auch vor Ort. In dem Fall bin ich dann auch mal selber vor Ort hingefahren. Eltern kennenlernen, Kind kennenlernen und dann weg vom Problem hin zur Lösung diskutieren. Und das geht dann recht unkompliziert. Und normalerweise hast du dann ja, weiß ich nicht, Auflagen zu erfüllen, dies und das. Oder dir wird gesagt, du musst ein Dreivierteljahr warten und, und, und. Und das wollen wir alles nicht. Und so sind wir, also wer immer jetzt zuguckt, auch super daran interessiert, weitere gute Ärztinnen, Therapeutinnen oder Ärzte, Therapeuten zu finden, die Lust haben mitzumachen und uns zu unterstützen. Denn das, was wir dann auch nutzen an therapeutischen Mitteln, wird auch in aller Regel von der Krankenkasse gar nicht gezahlt. Also ganz häufig fragen die Familien auch, was übernimmt die Kasse, aber dann ist es vielleicht eine tiefenpsychologisch, tiefentherapeutische Gesprächstherapie. Nützt keiner Sau was bei einem Trauma, das weißt du, ne? Also Traumatherapie, die eigentlich gebraucht wird ganz oft, wird nicht unterstützt zum Beispiel. Und deswegen kommen wir da und sagen, entweder wir finanzieren, wir unterstützen oder wir unterstützen mit dem Netzwerk. Auf jeden Fall gibt es ganz schnell Ansprechpartner. Und das finde ich ist so, so cool und so stark, dass ihr da, ich sag mal, was mit Geschwindigkeit auch habt. Also dass es bei euch einfach mal so flott, flott geht, weil der Zeitfaktor ist ja so wichtig. Also so wichtig für Menschen, die eben gerade einen Traum erlebt haben oder gerade irgendwie akut was haben und dann da irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Therapieplatz warten, der dann vielleicht sogar auch nichts ist. Nur das ist so, wow, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, sehr bewundernswert, dass ihr da eure Freizeit für einsetzt. Und ja, da auch den Zeitfaktor versucht zu minimieren und da Menschen schnell versucht zu helfen. Ja, und es geht auch darum, eben die Menschen, oft sind es ja die Eltern, die Mutter, der Vater auch, zu informieren, was gibt es eigentlich. Es ist ja so, dass wenn ein Kind in eine Situation kommt, wo es Unterstützung braucht, vielleicht therapeutisch, vielleicht auch psychologisch. Es ist ja oft das erste Mal, dass so eine Situation entsteht und man weiß gar nicht, wen spreche ich an, wer ist der richtige Ansprechpartner. Und das ist natürlich gut, weil da haben wir jetzt wieder so ein bisschen Erfahrung, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben und wissen, wo kann man da schnell hinleiten. Das heißt, da wird natürlich auch für diejenigen, die betroffen sind, die verlieren auch keine Zeit in der Suche danach, wer hilft mir, wer ist erreichbar. Im Moment ist es oft schwierig, auch die Leute zu erreichen in den Ämtern. Und dadurch ist diese Schnelligkeit, die wir haben, eben oftmals für die Eltern gut, weil die eine schnelle Beratung bekommen und angeleitet werden, wo sie hingehen am besten. Wir sind schon so mitten im Thema drin. Eigentlich wollten wir ja quasi erst später über den Verein sprechen, aber ich finde, das passt gerade so gut, dass wir einfach gerade euch beide hier als geballte GründerInnen-Power haben, dass wir einfach mal direkt in den Verein einsteigen. Also ihr habt schon ganz, ganz viel erzählt. Ich glaube, für diejenigen, die gerade zuhören, ist es super spannend, einfach nochmal ganz grundsätzlich zu erfahren, für wen ist denn der Verein eigentlich? Also wer oder was muss ich sein, dass ihr für die Person zuständig seid? Dass ihr sagt, okay, ihr seid unsere Zielgruppe, dir und euch können wir helfen. Was sind die Voraussetzungen? Also unser Verein heißt mit vollem Namen Mitmenschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Initiative für Kinder in Deutschland e.V. und das ist der Fokus, den wir haben. Also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, aber natürlich auch Mütter und Väter, die ihre Kinder erziehen und Onkel und Tanten natürlich auch. Es muss einen Kinderbezug haben. Das ist uns wichtig. Das kann auch sein, dass das eine junge Frau ist, die vielleicht noch nicht Mutter ist, die aber einen Trauma hat oder die gerade mit einer schwierigen Situation kämpft. Aber da denken wir auch prophylaktisch, denn alle, die wir im Vorfeld unterstützen können, mal angenommen, ich habe eine Traumatisierung, woher auch immer, und merke, ich muss was an mir tun, dann brauche ich das später nicht an meinem Kind auszulassen, in Anführungszeichen. Dann muss ich das nicht weiter vererben, unbewusst oder weitergeben, sondern wir unterstützen alle, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und das ist sehr subjektiv. Da unterscheiden wir jetzt nicht, du musst über irgendeine Hürde gesprungen sein und dein Erlebnis muss schrecklicher sein als ein anderes, sondern wenn jemand in Not ist, sich in Not fühlt und schnelle Hilfe braucht, Vater, Mutter, Kinder, dann können die sich melden. Das finde ich sehr schön, sehr weit und auch sehr, ja, auch da passend der Name, sehr menschlich von euch. Da nicht zu sagen, okay, hier haben wir den Fragebogen und nur wenn du bei 90 Prozent der Dinge ein Ja ankreust, dann helfen wir dir. Genau, wir sind darüber hinaus auch daran interessiert, ich sage mal, Aufklärungsarbeit zu machen. Deswegen mache ich auch regelmäßig Podcasts. Also ich schaue, welche spannenden Therapeuten oder Fachleute gibt es, die etwas erzählen können über unsere Thematik. Also wie werde ich heil, ist die große Überschrift oder was macht Menschen gesund? Und so haben wir zum Beispiel eine Expertin, die auch mit in Kindergärten geht oder in Sportvereine, die dort Konzepte hat zum Thema Aufklärung bei sexualisierter Gewalt. Die ist ganz toll, das ist unsere Barbara Schäfer. Die ist auch sehr, sehr deeskalierend. Ja, wir hatten jetzt gerade den Fall, der die Gemüte auch sehr erhitzt hat. Da gab es einem, all das in einem Kindergarten, ein kleiner Junge wohl andere Kinder schon mal angefasst hat, wenn die die Hose unten hatten, Zitat, auf den Penis geküsst hat. Und die Eltern waren in heller Aufregung, kann ich dir vorstellen. Und dann haben wir die Barbara eingeschaltet, weil die erst mal tatsächlich weiß, wie geht man mit so einer Situation um? Wie spricht man auch mit dem Kindergarten? Wie schießt man vielleicht nicht mit Kanonen auf Spatzen? Dann ist der Vater zum Beispiel aus Unwissenheit zur Polizei gegangen, weil der was Gutes tun wollte. und war sich der Tatsache nicht bewusst, dass seine Aussage dort sofort mit einer Strafanzeige gleichzusetzen ist. Und dann war natürlich der Kindergarten wieder in heller Aufregung. Ja, das hat er gar nicht beabsichtigt, aber es hat natürlich die Fronten verhärtet. Und gerade in so einem Moment, wo es so hoch emotional hergeht, da haben wir dann eben auch die passenden Leute, die dann beraten und sagen, du, pass mal auf, vielleicht können wir das nochmal deeskalieren. Vielleicht kann man das anders angehen, weil dir ist vielleicht nicht bewusst, wenn du so und so machst, wird so und so dabei herauskommen. Also auch viel Aufklärungsarbeit in einem sehr sensiblen Feld, bei dem ganz klar ist, dass die Menschen in aller Regel auch nicht wissen, wie soll ich damit umgehen. Und Kindergarten, die tun ihr Bestes, aber wie schnell wird man dann vielleicht auch falsch beschuldigt oder es wird was missverstanden. Da haben wir einfach auch Menschen, die das mit regulieren und mit einschätzen können und auch die Schnittstelle zu Jugendämtern etc. pp. kennen. Und das finde ich sehr wertvolles Wissen, weil das ist normalerweise, ist mir selber auch bei mir aufgefallen, überhaupt nicht so im Alltagsgebrauch oder im Alltagsdenken drin, wer ist wofür zuständig und kann wie positiv unterstützen. Wow, voll stark. Also ihr habt nicht nur im Angebot, ich sage mal, 1 zu 1 Therapien, Beratung, sondern wirklich auch so solche Schutzkonzepte, Beratung, Vereinrichtungen. Wow. Habt ihr noch was? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wer sich eigentlich an uns wenden kann. Nämlich, ich sage mal, das ganze, das zentrale Thema ist natürlich der Kinderschutz. Aber letztendlich sind Kinder ja nie alleine unterwegs, sondern haben immer Begleiter und insofern sind diese Begleiter eben auch immer diejenigen, die uns ansprechen dürfen und können und auch sollen. In dem Fall war es tatsächlich eigentlich ein Vater von einem Kind, was auch in der Gruppe war, also eigentlich sozusagen über zwei Wanden gespielt. Und das war gut, dass der sich bei uns gemeldet hat, weil letztendlich führt das dazu, dass man mit dem Thema an sich und mit dem Kind, wo es dann letztendlich eigentlich geht, ganz gut hinfokussieren kann und dann auch jemanden findet, der das richtig aggressiert. Und seid ihr lokal begrenzt auf euren Rahmen oder kann sich im Prinzip jeder und jede melden in Deutschland? Also melden kann sich jeder und jede. Ich hatte auch schon Anfragen aus der Schweiz. Einrechtlich dürfen wir das nicht annehmen, aber über Social Media, über Instagram und so weiter kommen natürlich Anfragen von überall her. Wir sind für, also wir sind deutschlandweit ansprechbar und unsere Vision ist auch, dass wir das Netzwerk so ausbauen, dass wir irgendwann sagen können, wir haben vielleicht im Umkreis jeder etwas größeren Stadt jemanden oder überhaupt Menschen zur Verfügung, die mindestens online zur Verfügung stehen können und mitarbeiten. Und wenn die Therapeutinnen und Therapeuten mitarbeiten, müssen die das nicht komplett ehrenamtlich tun, sondern die bekommen einen bestimmten Stundensatz. Das besprechen wir. Alle Therapeuten kriegen das Gleiche. Wir wollen da auch niemanden ausbeuten. Ganz im Gegenteil. Wir wollen die guten Leute haben, die wirklich wissen, was sie tun. Das prüfen wir auch. Und mal angenommen, du würdest sagen, liebe Mai, da wäre ich gerne dabei. Dann könntest du auch sagen, ich habe hier jemanden bei mir vor Ort, die wissen aber nicht, wie sie es zahlen sollen. Ich frage die Mitmenschlichkeit und dann arbeitest du selber mit denen und vielleicht supervidieren wir das gemeinsam. Also auch das passiert, eine regelmäßige Supervision mit mindestens noch einer Person, wo man sagt, wo ist das jetzt in dem Fall gerade oder mit diesem Menschen gerade viel besser. Ich finde Fallbesprechung ist ein blödes Wort, aber war halt in der Ausbildung immer so gang und gäbe. Ja, dann tauscht man sich auch aus. Und da übersieht man noch was, braucht es noch was anderes. Ja, das ist die Idee. Super stark. Also da mal der Aufruf an alle Professionellen und ExpertInnen, die gerade zuhören und die sicherlich schon mal solche Fälle auf dem Tisch hatten, dass ihr einfach das nächste Mal an Ralf und Ruth von Mitmenschlichkeit e.V. denkt. Wenn ihr das Gefühl habt, ich würde total gerne mit den Menschen arbeiten. Ich weiß, dass meine Arbeit dort unterstützen und helfen könnte, aber ich muss auch von was leben. Ich kann verstehen, da ist ja dann auch ganz oft, gerade bei uns TherapeutInnen irgendwo der Wunsch, ich würde auch pro bono arbeiten. Den Fall nehme ich noch und den nehme ich noch. Aber da brennen wir auch irgendwann aus. Und da ein superschönes Angebot von euch zu sagen, hey, wir haben einen festen Stundensatz, der ist vielleicht nicht der, den ihr normalerweise bekommt, aber es ist etwas, womit man arbeiten kann. Super stark, also da mit Menschlichkeit e.V. Superschön, ja. Und eure Vision finde ich toll. Also um jede nächstgrößere Stadt herum. Und das ist ja irgendwo auch das Nächste. Also wenn man irgendwie anfängt, ich kenne so viele, die sich bei mir melden und sagen, mei, ich habe gegoogelt und das ist so schwierig und man findet kaum was. Und gerade, ich sage mal, im klassischen von der Krankenkasse bezahlten Kontext, da gibt es so wenig wirkliche TraumatherapeutInnen. Also wirklich jemand, der die auch ausgebildet ist und dass es da einfach durch euch die Möglichkeit gibt, auch außerhalb des, ich sage mal, konventionellen Krankenkassenrahmens, Therapien und Coachings anzunehmen, das ist ja, das ist super stark und super wichtig, weil wir wissen, dass für Trauma so viel mehr notwendig ist, als einmal die Woche auf der Couch liegen und erzählen und ach, wie war es mit meiner Kindheit und wie war es mit meinen Eltern. Und ja, da ist einfach so viel mehr notwendig, so ein ganzheitliches Bild. Und das finde ich so stark, dass ihr das auch unterstützt. Ja, danke. Macht aber Spaß im Übrigen. Ja, das sieht man euch an. Ihr beide strahlt beim Erzählen die ganze Zeit. Das finde ich voll gut. Wie seid ihr auf die? Ja. Ich wollte mal sagen, das ist so ein bisschen so ein Bild von so einem Mehrfamilienhaus, wo verschiedene Parteien wohnen. Das Penthouse, das da, wo ich ein bisschen teurer vermietet werde, weil sich das auch jemand erlauben darf mit der guten Aussicht. Und zwischendrin darf es auch dann mal eben eine Unterkunft geben für jemanden, der vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat. Ob das jetzt mal ein alleinerziehender Fach oder eine alleinerziehende Mutter ist. Und da darf man die Miete einfach mal anpassen. Und so finde ich, es ist schön, wenn man so mit den Menschen umgehen kann, ganz individuell. Und das, was du so sagtest, will ich auch nochmal verstärken. Und dass es wirklich viel zu wenig Angebot gibt. In dem Bereich. Also es ist im Grunde genommen zu marginal anerkannt und entsprechend auch zu wenig therapeutisch hinterbaut. Was da die Kassenärztlichen, oder was die Kassen übernehmen, da ist deutlich zu wenig. Und sowohl was die Leistung angeht, als auch was die Leute angeht, die Sorge anbieten. Da ist viel, viel zu wenig. Und da müssen wir einfach mal vorne weggehen und dann hoffe ich mal, dass erkannt wird, wie wesentlich und wichtig das ist. Und dann wird das auch noch einfließen in die gesetzlichen Kassen. Ja, wird das auch ein bisschen. Ich habe gestern mit der Kassie Weidel aus Berlin gesprochen, einer Traumatherapeutin, die sich jetzt auch dem Verein anschließen möchte. Und die sagte auch, also in meinem Fall ist ja auch was bezahlt, beziehungsweise so Gesprächstherapieabwandlungen. Also wir haben immer noch die klassische Psychoanalyse, wobei jeder weiß, wenn es dir eh schlecht geht, dann machst du eine Psychoanalyse, um dich dann freiwillig von der Brücke zu stürzen. Das ist nur der letzte Schritt eigentlich. Es wird immer noch finanziert, etwas über das Leben besprochen. Aber schwarzer Humor hilft vielfachen auch. Also das wird finanziert, bringt nichts, außer unwahrscheinlich viele Stunden auf der Uhr, weil man immer nach hinten guckt, in den Rückspiegel statt nach vorne, da wo man hin möchte. Und diese anderen Therapieformen, Gesprächstherapieformen, das weiß man auch, wenn man deine Podcasts und deine Infos verfolgt. Also das, was da im Hirn genutzt wird beim Sprechen, hat nichts damit zu tun, wo Trauma entsteht und geheilt wird. Insofern auch ein unnötiger Ansatz. Und dadurch wird wahnsinnig viel Geld in die falsche Richtung geschossen immer noch. Aber so ist es gerade. Und vielleicht können wir ja mit unserer gemeinschaftlichen Arbeit, die wir hier alle tun, darauf aufmerksam machen, damit das, was du gerade gesagt hast, reif, damit das endlich Realität wird. Was auch eine Krankenkasse, die scheinen auch nicht gut geschult zu sein im Übrigen, versteht, wir könnten sehr viel mehr Geld sparen, wenn wir generell viel mehr in Traumatherapie investieren würden. Ja. Ja, und auch wenn wir mehr... Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, sehr gut, ja. Und auch wenn wir überhaupt erst mal, ich sage mal, als Gesellschaft anerkennen, dass wir so viel mehr sind als unsere Kognition. Also als das, was wir irgendwie verstehen und einfach über das, was wir sprechen können, hinausgehen und sagen, hey, wir sind ein ganzes Wesen. Wir sind Körper, Geist und Seele. Und da braucht es dann eben eine Traumatherapie, die den Körper mitnimmt, die den Geist mitnimmt, die die Spiritualität mitnimmt, die vielleicht auch ein Glauben mitnimmt, wenn da einer da ist. Und nicht nur, okay, und jetzt reden und analysieren wir. Genau, wir sind das Volk der Dichter und Denker. Und da haben wir uns mal ein bisschen vergaloppiert mit dem Denken. Das ist nachher so gut und richtig und wichtig. Das sollen wir ja auch weiter tun. Aber wenn das Denken dazu führt, das Fühlen noch mit ins Boot zu nehmen, noch ein Stück mehr, und zwar da, wo es wichtig und hilfreich ist, dann wäre das doch toll. Mhm, sehr, ja. Wie seid ihr beiden überhaupt auf diesen Verein gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu gründen? Ganz ursprünglich bin ich mit der Stiftung It's for Kids in Kontakt gekommen. Ich wollte mich als ehemalige selber Betroffene von sexualisierter Gewalt irgendwie schon häufiger engagieren und habe aber nie so das Passende gefunden und mich da auch nicht ernsthaft interessiert. Und dann bin ich bei einem Unternehmertreffen gewesen. Das war jemand zu Gast. Das ist der Vorstand der Stiftung It's for Kids. Und der erzählte so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was er so macht und was die Stiftung so macht und dass sie sich für Kinder stark machen, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene vielleicht, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und da haben sich so meine Öhrchen beide hochgestellt und ich dachte, das finde ich mal spannend. Und ich fand auch ihn als Typ total spannend. Ja, also einer, der wirklich die Werbetrommel rührt wie kein Zweiter. Und dann habe ich gedacht, ich würde mich dem gerne anschließen, habe gefragt, was es dazu braucht, was ich tun muss, was ich lassen kann. Und bin dann sogenannte Botschafterin dieser Stiftung gewesen. Also bin Ehrenamt für diesen Verein verbunden und trage nach draußen die frohe Kunde, dass dieser Verein aus Scheiße Geld macht, sage ich immer ganz plakativ. Die sammeln alte Handys, die sammeln Zahngold, die sammeln alte Schuhe und ich weiß nicht was, Druckerpatronen und schicken das an die unterschiedlichen Stellen ein und generieren darüber Gelder. Und wenn wir das mitmachen und wenn wir diese Kunde mit in die Welt tragen, dann profitieren wir auch davon natürlich, weil wir alle an einem Strang ziehen. Also auf der einen Seite machen wir Geld und wir geben es aus. Ich wollte es gerne ausgeben. Das habe ich dann irgendwann dem Tobias Mewitz gesagt, im Vorstand der Stiftung Yps for Kids. Ich würde gerne aktiver arbeiten, also nicht nur Werbung machen für die Stiftung, sondern würde gerne aufgrund meiner Geschichte so in die Welt tragen. Hallo, liebe Leute, die ihr Gewalt erfahren habt, liebe Frauen vielleicht, liebe Mädchen, auch liebe Jungs, ihr müsst nicht in dieser Dramatik hängen bleiben, ihr müsst nicht in diesem Trauma hängen bleiben. Es gibt Wege daraus, die mögen ihre Zeit brauchen und die mögen vielleicht mal anstrengend sein. Aber das Wichtigste ist, dass ihr Vorbilder habt und als solches wollte ich immer gerne fungieren, dass so das Prinzip Hoffnung nach vorne gelegt wird, weil ich das zu meiner Zeit so wahnsinnig schwierig fand, Hoffnung zu haben und immer wieder zu kriegen auf meinem Weg, weil ich bin 53, zu meiner Zeit konntest du Internet und Social Media vergessen, weil das gab es nicht, da wurde noch in Stein gemeißelt, da gab es vielleicht ein, zwei hilfreiche Bücher, aber die musstest du auch erst mal finden. Und ja, das war so die Idee, hinter der Vereinsgründung mit gutem Beispiel voranzugehen, auch Klärungsarbeit zu leisten und wie gesagt auch dann dieses Netzwerk aufzubauen von Leuten, die eine coole Haltung haben, Neudeutsch-Attitude, die irgendwie was geben wollen und das zurückbekommen. Und Ralf, wie kam es bei dir dazu? War für dich von Anfang an klar, dass du mitgründen wirst? Wie war das für dich da, mit on the way zu sein, mitzukommen? Für mich war es eigentlich ganz leicht, weil ich habe mich sozusagen mitgründen lassen, da zu sein. Also ich bin, ja, also das, Ruth hat es schon gesagt, ist eben persönlich sehr in dem Thema drin und ich finde es einfach toll, dass ich es immer wieder schaffe, das total positiv darzustellen und eben für den vielen Menschen, die in einer, ich sage mal, gerade in dieser schweren Situation vielleicht drin sind und wenn man drin ist, weiß man ja, man guckt eben nicht da, wo es rausgeht, sondern man guckt dahin, wo es wehtut, wo es schimmelt und wie man das schaffen kann und wie man wirklich auch was Gutes machen kann und darüber hinaus sogar auch noch was für die anderen dann eben aus seiner coolen Perspektive, wie man da gewinnt, irgendwie Positives herausgestalten kann, dass, ja, das ist für mich eigentlich auch ein toller Alltag, den wir gemeinsam miteinander erleben und über den Verein hoffe ich, dass wir da viele Menschen erreichen, die möglicherweise einen ähnlichen Weg aufgezeigt bekommen. was sie dann tun, bleibt ja jedem selbst überlassen, aber das ist ein gutes Gefühl, da aus einer, ich sage mal, aus einer Kenntnis, aus einem Selbsterleben heraus, irgendwie eine Tür aufzumachen für andere und die da zu unterstützen und dafür haben wir wirklich die Stiftung im Hintergrund, kann man so sagen, die uns sehr gut unterstützt, wir haben Einzelspender natürlich auch, aber es wird uns sozusagen eigentlich auch bis jetzt nichts abgeschlagen, was wir vorschlagen und wir sind da sehr in gutem Einvernehmen unterwegs, was die Projekte angeht, die wir bisher halt bearbeiten und bekommen. Und dann macht es ja auch Spaß, nicht? Wir stehen nicht auf verschlossenen Türen, sondern wir laufen offene Türen ein und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, so zu arbeiten, als da klingen zu putzen und nicht weiterzukommen, sondern wir können das unterstützen, das ist ein tolles Gefühl. Das glaube ich gerne. Wow. Cool. Du hast gerade vorhin Ruth kurz schon erzählt, It's for Kids generiert zum Beispiel Geld dadurch, dass sie alte Handys, Druckerpatronen etc. sammeln. Kann man da jetzt, also wer jetzt gerade zuhört und denkt, oh, ich würde so gerne was machen, ich habe hier noch fünf alte Handys in der Schublade liegen, wie, wo kann jemand als Privatperson die Stiftung unterstützen? Gibt es irgendwie vor Ort an großen Orten Sammelstellen oder kann ich das irgendwo hinschicken? Wie finde ich da mehr Infos, dass ich, ja, ich sage mal, mit Kleinigkeiten helfen kann? Das ist das Schöne, dass jeder eben auch ohne Geld und mit Kleinigkeiten total viel unterstützen kann und zwar, wenn ihr auf die Seite www.its-for-kids.de geht, also It's for Kids mit Binnenstrich dazwischen, da gibt es irgendwo auch ein Formular oder mehrere Formulare, wie man aktiv werden kann und was die Handys angeht, beispielsweise gibt es dann einen Link, da könnt ihr euch dann, das ist eine Kooperation mit der Telekom über die Stiftung It's for Kids sozusagen anmelden, du erstellst dir einen eigenen Account, bekommst dann eine Handy-Sammelbox zugeschickt, das ist so ein schöner, stabiler Pappkarton und den kann man überall aufstellen, was weiß ich, bei uns beim Friseur steht so eine Box, beim Ralf in der Firma eine Box, also, ja, man kann auch selber sammeln, selbstverständlich und wenn dann die Kiste voll ist, ich glaube, irgendjemand hat mal 90 Handys da reingestopft, aber auch so ganz alte, ein bisschen kleiner, die Kiste, die ist sozusagen in sich selbst schon halb verpackt, Deckel zu, Band drum, fertig frankiert, man hat gar keine Kosten, Gott sei Dank, geht das dann so zu der Sammelstelle, da wird dann alles datengerecht und umweltgerecht entsorgt und es ist gebrandet mit It's for Kids, also man weiß dann, wo es herkommt, du hast deinen eigenen Account, du kannst gucken, was habe ich überhaupt generiert an Spenden daraus, man kann sich einen Sport draus machen, also meinetwegen auch einen Sportverein, sowas aufstellen, da macht das immer Sinn, viele Leute immer mal wieder durchlaufen, ja und so kann man ein Gutes tun. Ja, was man sonst noch sammeln kann neben alten Handys sind tatsächlich auch Schuhe, auch dazu findet ihr auf der Seite It's for Kids www.it's-for-kids.de alle Infos, ja also Ralf hat in seiner Firma der Skala Glasbau irgendwann von allen Mitarbeitern hat einen Aufruf gestartet, ganz viele alte Schuhe, die müssen nicht toll in Schuss sein, gebracht bekommen und dann hatten wir irgendwann eine riesen Kiste voll mit Schuhen und haben da auch ein kleines Video drüber gedreht, dann kann man dann wiederum Werbung machen, indem man so ein Video dreht und das weitersagen, dass man darüber eben auch alle möglichen Dinge, ja dich unterstützen kann, uns unterstützen kann, indem man einfach Schuhe sammelt, also man braucht gar kein Geld, das finde ich ganz cool, sondern, ja, kann alte Dinge weggeben und ein gutes Trommeln. Super schön, alte Handys, alte Schuhe, Druckerpatronen habe ich jetzt schon gehört, cool und da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten, wie man noch Kruscht sammeln kann, die man so eigentlich gar nicht mehr braucht und einfach alles auf der Seite www.it's-for-kids.de Cool. Wow. Ich bin gerade einfach super geflasht, tatsächlich einfach davon, was für tolle, ja, was für tolle Möglichkeiten es gibt einerseits zu helfen und andererseits, dass ihr da als Menschen steht und sagt, ja, wir fanden das so gut, jetzt haben wir unseren eigenen Verein gegründet, ganz niederschwellig, ganz easy peasy. Gibt es noch was, wo ihr sagen würdet, das brennt uns gerade noch auf der Zunge, das wollen wir erzählen, das sollen alle deine tausende HörerInnen jetzt noch wissen, erfahren über uns, über unsere Arbeit. Haut gern raus, ich bin gerade so voll geflasht, dass ich gerade keine klugen Fragen noch auf der Zunge habe. Hast du noch was? Wir haben ja auch schon ganz viele erzählt, das Wichtigste haben wir tatsächlich. Nein, folgt uns fleißig bitte auf Instagram, das ist auch cool und sagt es weiter, vielleicht noch das Letzte, einfach weiter zu sagen, weil alle, mit denen wir sprechen, finden wir es toll und wir sind eben noch ein junger Verein, wir haben uns erst 2017 gegründet und dann erst mal angefangen mit dem ganzen Prozedere und weiter sagen, teilen, liken ist super und Ähnliches gilt auch für die Stiftung jetzt für Kids, das ist eine gute Hilfe. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, sorry Ralf. Ja, ich kann noch was mein, und zwar wir sind, ich sage mal so sicherlich gedanklich auch eher so interdisziplinär unterwegs, also wir müssen jetzt nicht nur eine bestimmte Moral verfolgen oder eine bestimmte Pädagogik irgendwie, sondern wir sind da jetzt offen, das was hilft ist gut und auch in den, ich sage mal, in den Bekanntschaften mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, da geht auch ganz viel, also da geht von, ich sage mal, klassischer Gesundheitsvorsorge über, ich sage mal, juristische Beratung bis hin zu guten spirituellen Ideen geht eine ganze Menge und das finde ich auch wichtig, weil das macht das Ganze auch ein bisschen auf für die Leute, die da kommen können und kommen dürfen. Also wir haben da auch keine Beschränkungen oder Barrieren, dass wir sagen, nee, das muss unbedingt katholisch sein, sonst können wir das hier nicht bearbeiten, das gibt es hier nicht. Also wir sind da ganz kosmopolitisch und interdisziplinär. Super cool. Während der letzten drei Jahre während eurer Arbeit, da habt ihr sicherlich auch viele, viele schöne und berührende Geschichten erlebt. was ist so so eine Geschichte, die also tatsächlich für jede, also für euch beide ist wahrscheinlich für jeden was anderes, was da irgendwie sehr prägnant immer noch da ist, hängen bleibt, ein Lächeln irgendwie herbeizaubert, wo irgendwie sagt, und daran merke ich, dass es, deswegen ist die Arbeit wichtig. Was ist die Geschichte, die ihr, ja, an die ihr euch gerne erinnert, die ihr gerne wieder erzählt? Würdet ihr da ein bisschen Geschichten teilen? Ich liebe ja Geschichten. Erzähle ich mal. Also die frischeste Geschichte, die ich erinnere, ist bestimmt die von den Mädchen, von denen ich erzählt habe, mit dem Mundschutz, also da, wie gesagt, wenn du den Aufruf kriegst oder den Anruf, dann sagt dir jemand, wir haben hier ein elfjähriges Kind und die hat Panikattacken und Angststörungen und die soll jetzt in die geschlossene Psychiatrie, wenn da nichts anderes funktioniert. Erstmal ein sehr krasser Satz, ein sehr starker Satz, da fiel mir das so wie Schuppen von den Haaren, das kann doch nicht sein, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wir uns so hilflos fühlen offensichtlich, dass wir Kinder, die in der Entwicklung sind, weil wir mit denen aus irgendwelchen Gründen nicht gut zurechtkommen, sie nicht kindgerecht unterstützt kriegen, in die Psychiatrie stecken, wo deren Ende schon vorprogrammiert ist. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, da wurde ein Junge ausgeschult, um mal noch so einen Querverweis zu machen, mit 14, der war auch in der geschlossenen Psychiatrie, hatte schon mehrfach Selbstmordversuche hinter sich, der ist mittlerweile zehn Jahre weiter, lebt zu Hause im dunklen Kämmerlein, das Rollo ist immer unten, er verbittet sich Besuche, lebt bei seinen Eltern, er hat noch zwei jüngere Geschwister und hat sein Leben komplett weggetan. Die Eltern haben mega Schuldgefühle, sind sozial eher nicht so stark aufgestellt, glauben auch nicht wirklich daran, aufgrund eigener Historie, dass sich da was positiv verändern kann und haben auch Angst schlicht und ergreifend, dass der wirklich seine Drogen, die er irgendwann mal ausgesprochen hat, sich umzubringen, wahrmachen könnte. Also sitzt er da in seiner Bude und daddelt. Ein Testosteron-strotzender junger Typ von 24, der seit zehn Jahren im Prinzip keinen sozialen Kontakt mehr hatte, nachdem der Überpsychiatrie-Erfahrung, ich mache da keinen einen Vorwurf, sondern ich versuche das so zu beschreiben, wie ich es gesagt bekommen habe und erlebt habe mit den Geschwistern, mit denen ich zu tun hatte, ja, der so eine Lebenskarriere genommen hat. Ich finde das unsäglich. Zurück zu dem elfjährigen Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der richtige Platz für ein elfjähriges Kind mit Ängsten eine geschlossene Psychiatrie ist, mit allem, was dazugehört. Und im Untertitel Du bist Freit. Was ich gemacht habe, ist, ich bin dann in die Familie reingegangen und habe denen gesagt, bitte zeig doch dem Kind mal eins meiner Videos von mir, damit die schon ein Bild hat, wie ich so bin. Dann kann die das vielleicht einschätzen, die ganze Familie hat sich das Video angeguckt und die Kleine soll dann angeblich schon wieder so ein bisschen gezittert und geklappert haben. Auf jeden Fall Kapuze über den Kopf wollte das nicht sehen. Das ist im Moment so ihre Standard-Körperhaltung gebückt. Kapuze über den Kopf gezogen, sich verstecken. Dann bin ich da angekommen und es war erst mal nur ein Gespräch mit den Eltern. Ich wollte auch gar nicht mit den Mädchen direkt sprechen, denn ich sehe ja immer, wenn ich die Eltern unterstütze, können die Kinder durchatmen. Also die Eltern müssen zuerst ins Buch und dann kam irgendwann das Mädchen dazu und setzte sich so an die äußerste Ecke da hinten so am Tisch und guckte erst mal so aus den Augenwinkeln. Hab ich ihr gegrüßt und ich hatte ein Stofftierbeweis, hab ich ihr geschenkt. Guck mal, ich hab dir einen Elefanten mitgebracht, ich weiß gar nicht, bist du schon zu cool für Elefanten oder magst du die Tiere überhaupt? Und dann blühte die total ab und sagt, Elefanten sind meine Lieblingstiere. Und von Stund an war also diese Körperhaltung, die erst so war, war komplett weg, dann lauschte sie so ein bisschen und dann fragte sie irgendwie nach 20 Minuten ungefähr mit den Eltern, also dann fragte sie die Eltern, weil ich mit denen im Gespräch war, muss ich noch dabei sein? Und dann hat sie gesagt, nö, aber wenn du Bock hast, dann spreche ich nachher noch mit dir und komme nochmal rauf. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin nachher zu ihr ins Zimmer, hab mich nochmal persönlich vorgestellt, gefragt, wie der Elefant heißt. Dann hat sie mir gezeigt, wie sie auf dem Trampolin springt, ein ganz quietschspieles, fröhliches Kind, was sie vorher auch war, so geschrieben, mit mir das die Eltern auf jeden Fall. Intelligentes Mädchen, super cool unterwegs. Und das war erstmal alles, was es brauchte, um sie aufzuweichen. Dass man sie nicht anguckt, als wäre sie ein Problem, nicht nur als hätte sie eins, sondern als wäre sie eins. Wir gucken ja sehr aufs Problem, was du vorhin auch schon sagtest. Ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Zuwendung und dann macht die auf. So, wieso kriegen wir das nicht hin? Wo haben wir das verloren? Da kann man sich auch die Eltern nochmal unterstützen. Wo haben die eigene Ängste? Da gucken wir dann alles hin. Immer ohne Vorwurf. Aber das ist was, was mich sehr bewegt hat, weil ich einfach denke, das kann, also ich kann sowieso nichts zulassen oder nicht, aber gefühlt habe ich gedacht, ich kann das doch nicht zulassen und verantworten, mitverantworten, dass ein Kind so eine verschissene Karriere vor sich hat, wie er droht, wenn es in die Psychiatrie geht. Da bin ich jetzt mal sehr davon überzeugt und behaupte das einfach mal. Jetzt geht es darum, zu gucken, was können wir erstmal an Zuwendung, weil Menschen durch Zuwendung heilen unter anderem und durch gutes traumatherapeutisches Arbeiten mit ein bisschen eigene Ressourcen entwickeln, du kennst das und so weiter tun. Das bewegt mich sehr, solche Geschichten. Das ist so die frischeste, wo wir mitten drin sind und wo ich einen persönlichen Ehrgeiz auch habe zu sagen. Das wollen wir ja nochmal sehen, ob das das Ende der Fragen stattfindet. Schön. Danke dir für diese Geschichte, Ruth. Vielen Dank. Gerne. Ja, dann hört man auch, es geht nicht um Dogma und es geht auch nicht um Kritik an irgendwelchen anderen Dingen, die getan werden, sondern es geht wirklich darum, dass es so einen wertschätzenden Ansatz gibt und immer mal sozusagen der Menschen in den Mittelpunkt gestellt wird, um den es gerade geht oder die Menschen, die um den Menschen herum sind und dann guckt die Ruth eben genau dahin, was es braucht. Und dann darf man gemeinsam entscheiden oder unterstützen, die Entscheidungen von denjenigen, die sie treffen müssen, unterstützen, was sie machen wollen. Und das ist auch das, was mir sehr, sehr gut gefällt, dabei ist, es gibt halt irgendwie dann nicht nur einen Königsweg, das muss man so oder so machen, sondern wir haben neben uns vielleicht auch den Luxus raus, zu sagen, an der Stelle brauchst du einfach eine Stunde mehr Zeit und die bekommt dann eben derjenige, der sie braucht und das möchten wir aber gerne tun. Ja, und Stunde ist ein wichtiges Stichwort, finde ich, und das ist nicht gemeint, du guckst auf die Uhr, wenn du mit jemandem sitzt und nach 45 Minuten wird das Spiel abgepfiffen. Und du gehst mit dem, wo du gerade hängst, nach Hause und fühlst dich eigentlich kacke, sondern zu Ende ist, wenn es zu Ende ist und dann dauert das auch schon mal eineinhalb Stunden und dann ist es zu Ende. Schön. Ralf, hast du noch eine Geschichte für uns? Also ich muss sagen, ich finde es besonders schön, wie leicht es ist, Menschen zu gewinnen, uns zu unterstützen. Wir haben ja einige Mitglieder auf dem Verein und ich finde das eigentlich bei jedem Einzelnen toll, mit welchem Vertrauensvorschuss wir sozusagen deren Unterstützung erhalten. Das kann ich jetzt, würde ich jetzt gar nicht auf so eine einzelne Situation oder eine einzelne Person beziehen wollen, sondern die Menschen, mit denen wir sozusagen in das Thema gehen, darüber sprechen, so wie mit dir jetzt auch zum Beispiel, da gibt es eigentlich immer eine sehr leichte und sehr gute Kommunikation und wir finden Menschen, die so sind wie wir und die da aus der Zulwand sind und einfach so, das macht es aus. Wir haben ja alle auch ein Berufsleben und wir haben alle auch ein Leben, wo wir mit Leuten zu tun haben müssen, die jetzt auch okay sind, aber sich die Menschen auszusuchen, mit denen man gut und gerne zusammen ist und gut es tut, das ist eine besondere Qualität. Das heißt, man kann euch als Verein auch unterstützen, indem man zum Beispiel einfach Mitglied wird und mit einem Mitgliedsbeitrag bezahlt. Ist das auch möglich? Ja, das geht oder ganz unkompliziert, was spendet. Wir nehmen auch Spenden. Super schön. Ja, da verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes nochmal auf, nicht nur auf euren Insta-Accounts, sondern auch auf die Webseite. Also da findet ihr dann alles, ob ihr Mitglieder werden wollt oder einfach was rüber spenden wollt. Super cool. Super wichtig. Super gut einfach. Wow. Danke euch für diese echt tolle Arbeit und dass ihr das ja auch so mit so viel Liebe macht, dass ihr das auch hier euch die Zeit nehmt, das hier vorzustellen im Podcast. Das ist, ich glaube, das bringt, das ist, ja, das bringt ganz, ganz vielen, die gerade zu hören, was, egal ob betroffen oder Angehörige. Also ich, also, ich, ich schaue ja ab und zu mal bei mir in die Zahlen. Ich bin, ich bin nicht so ein Zahlenmensch, das muss ich aber auch zugeben. Ich schaue ab und zu mal rein und aktuell läuft, läuft der Podcast seit vier Monaten und sind jetzt um die tausend AbonnentInnen da und aus Erfahrung, auch im Kontakt mit meinen, mit meiner Insta-Crew, sage ich immer, ist so 80, 90 Prozent sind selber betroffen. Also die, die zuhören, sind selber betroffen von sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch und die anderen hören zu für jemanden, ja, für Freunde, Familie, Bekannte und deswegen, ich glaube, damit, ja, damit erreichen wir hier gerade genau die Richtigen, dass wirklich, ja, entweder sie sich vielleicht selber irgendwann bei euch melden, weil sie das Gefühl haben, da, da könnte was gehen oder eben, weil sie, ja, dann vielleicht das Gefühl haben, oh, ich würde hier gerne spenden, ich würde hier gerne unterstützen. Super schön. Ja, vielen Dank für uns die Gelegenheit, gibst du uns hier vorzustellen. Ja, voll gerne. Finde ich total super und bin sehr sehr dankbar. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Ralf und Ruth. Im zweiten Teil des Interviews erfährst du nochmal viel, viel mehr zur Hintergrundgeschichte von Ruth, zu ihrer ganz eigenen MeToo-Story. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse, reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht allein.